hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom Last Epoch Let's Play mit unserem schönen Bild ein bisschen Autobrocken ein paar schöne Sachen wie zum Beispiel dieser Geschossierterbeinbolt und Brandschaden ein bisschen Smites ganz viele Äxter die man werft ich habe jetzt noch nicht so viele auf meinem Bild die müssen wir jetzt zuerst noch holen dann aber zuerst müssen wir da noch dieses Sigisophob einfach auf englisch holen genau wahrscheinlich Segel der Hoffnung Segen der Hoffnung ok genau jo geht sehr gut noch ein Level da haben wir Volcanus ich habe extra eben auch noch ein bisschen diese lange Zeit weggemacht also ich habe ein bisschen alleine gelabelt heute Morgen und ja es war schon ein bisschen toll das Gameplay aber ja für ein Video ist es wahrscheinlich noch zu wenig gewesen hat ein bisschen zu lange gedauert und jo der Keyspeed ist erst jetzt gerade sehr hoch geworden also es liegt einfach daran dass ich viel mehr jetzt auch jo brennen kann und ich habe ja die Brandwahrscheinlichkeit erhöht in letzter Zeit habe ich noch gezeigt im letzten Part wegen diesem Not hier 8 und 10 jo hab ich jetzt schon mal und in zwei Level haben wir glaube ich Sigisophob dann dann siegel der Hoffnung sooo was macht der noch jahrelang so hinaus gewesen hab ich gar nicht so erwartet aber weil man das zurück gesetzt hat man ja natürlich irgendwann dort wo wir gewesen sind vor ein paar Sekunden ja vor zwei Sekunden seht ihr gut also ich schafft und ja Zorn des Schmerzes nicht jetzt können wir das aus können wir hier noch etwas besseres ausrüsten ich könnte langsam den Ring mal entfernen für mehr Brandschaden jo der Rest brauchen wir nicht das ist die Schwäche so jo dann schauen wir mal oh da haben wir aber auch noch ein ja machen wir oben zuerst ist hier oben gerade etwas schlechtes hier unten ist etwas schlechtes okay dann mache ich mal die Götzen nicht und ich habe genau ich habe noch so ein Smartidol gefunden jetzt habe ich das mit 7% gefunden also das beste bisher uns geht wahrscheinlich bis 9% geil oh also sagen wir mal ah das ist diese Feuergeschosse geil so in jede Richtung eins in alle Richtungen sind es acht Geschosse oder so ne es sind fünf Geschosse ist nicht in alle Richtungen das sind auch die schrägen aber dennoch genügend und es brockt auch sehr gut ich habe das Gefühl vorher habe ich ein bisschen mehr Schaden gemacht vielleicht wegen der Attack Speed aber das lohnt sich ja auch nicht so wir wollen ja natürlich live leachen das ist wichtig wir wollen einfach cool aussehen wie schnell der sich bewegt im Schwert und wir wollen die Bonis haben im Passiven Tree dass man noch schneller wird genau also jetzt momentan kann es sein dass es einfach noch wirkt ein bisschen schwächer aber ist klar hat auch wirklich einen Cleaver ähm wie heißt der einfach Spalterlösung auf deutsch irgendwas dazu irgendwas dazu Embrance glaube ich oder irgendwas dazu der Cleavers Embrance so macht Spass ja gegen grosse Gegner machen wir doch mehr Schaden aber wir sind einfach langsamer natürlich ja grosse Waffen sind mit Wirbeln halt nicht immer so viel besser so so durchblutungsdringung ok hm prima also machen wir den Boss ich hoffe wir besiegen ihn gut ah wir müssen noch eine Mission machen stimmt die eine Mission mit den vielen hunderten Gegnern hehehe weiß es auch nicht wieso die das so extrem übertrieben haben nicht wirklich weiß es gerne machen ach übrigens Perinabites eines meiner Lieblingsentwickler ist Bangkok gegangen sie können also kein Gotik mehr entwickeln jetzt muss ich Gotik entwickeln haha Gotik 4 aber nö sie wollen nicht ja und ich wollte ja unbedingt ein Spiel schon mal entwickeln aber ich muss es noch lernen ich bin da noch ja ziemlich unerfahren ich habe nur Mods entwickelt und da auch nicht gerade sehr viel jo wird sicher auch ähnlich sein wie Last Epoch dann ähm ich habe sowieso Gotik manchmal ein bisschen langweilig im Kampfsystem gefunden ein bisschen zu langsam langweilig und zu wenig irgendwie jo balanciert sozusagen ich habe meistens am Anfang so ein bisschen Respekt gehabt von manchen Gegnern und dann später einfach kein jo Probleme gehabt und das möchte ich natürlich auch ein bisschen vermeiden können indem ich ein gutes Itemsystem entwickle und so aber das dauert das ist halt riesig gross also ja ich müsste es dann eigentlich alleine entwickeln weil ich jo einfach nicht so eine Entwicklungsstudie natürlich machen kann und ich kann auch nicht jedem ähm vertrauen oder das ist vor allem die Sache ich würde sicher ein paar Leute noch modden lassen also alle also ich möchte gerne ein Mod-A-E-Bespiel machen aber eventuell muss man halt selber dann selber hosten und das kann ich natürlich nicht leisten so hohen und das sind die Chronisierungen muss ich dann auch irgendwie auch erschaffen oder auch die Sounds erstellen und die kann ich halt meistens vielleicht nicht so schnell machen aber es steht wie man das am besten machen könnte ja zum ersten Mal machen können also ich habe schon gedacht weil ich ja sowieso auch nicht so viel iStream kann wegen meiner Krankheit und alles Let's Plays auch meistens nur so einen pro Tag oder zwei pro Tag machen kann dass ich da einfach meine Zeit ein bisschen so ja und das Gaming Game erstellen machen weil ich will ja schon lange aber ich konnte es nie so gut anfangen wenn mir die Zeit fehlt und anfangs muss es ja nicht so mega gut sein kommt ja dann irgendwann mal dazu wenn man mehr hat oder das Spiel dann doch viel mehr Spaß macht den Leuten und so weiter ist ja bei den Videos auch so und bei den Live-Streams auch so mit den Spielen muss es zuerst Spaß machen und es wird halt erst also da muss viel entwickelt werden die Spiele lieben jetzt wenn man ähm ja weniger also mehr Features haben und weniger einfach irgendwelche Sachen sieht die nicht fertig sind das wird eine heftige Aufgabe für mich aber ja ich möchte natürlich auch ein bisschen zeigen jo ich muss nicht aufs Geld schauen ich kann ältere Spiele sozusagen jo nicht nachmachen wie ich ja nicht sondern ich werde es einfach moderner machen und jo auch neue natürlich aber einfach ja klar nicht einfach kopieren das ist ja schlimm sondern eine eigene Art entwickeln oder das ist das Wichtigste ich kenne viele Features also ich könnte mir viele Features jetzt einfach im Kopf ausdenken was zum Beispiel Last Epoch noch nicht hat oder mal Gotik nicht hat oder so sind jetzt wieder sehr viel stärker geworden also das sind drei Geschosse jetzt hier oder sieht aus wie drei Geschosse sehr gut ja es hilft natürlich schon sehr viele Geschosse zu haben sieht ja auch gut aus lol eine schlechte Rüstung aber auch schlecht gerollt wahrscheinlich die Hälfte von den Apes die rollen können ja der Beat macht so unglaublich viel Spaß und kann ihn einfach zuschauen wie er so viele Sachen progt so jetzt müssen wir eigentlich die Äxte holen und die Attack Speed holen weil wir haben jetzt ein Schwert jetzt können wir auch die Attack Speed holen sonst hätten wir was haben wir getragen eine Axt also hätten wir glaube ich Looten oder Durchbohrungen dann bekommen nicht so gut wie Schrein verbindet ok ja ja verbindet Schrein mit den Eiskäfern jo good to have but not really useful so ähm das Ding hier runter kommt jetzt sind wir aber auch nicht mehr so schnell am laufen während dem Wirken hm downgrade aber ist nicht so schlimm abzache wir haben mal die Waffe wir machen dann auch die Geschosse und die Geschosse sind Wurf die ähm setzen dann Smite ein ist eigentlich viel besser wenn man einfach bei einem Gegner schon ist aber ja die Attack Speed ist nicht mehr so groß und Bewegungsgeschichte ist nicht mehr so schnell aber schade ja man kann nicht alles haben man muss manchmal Downgrades haben damit andere Sachen besser sind ja ihr seht es also wenn die Geschosse hier die Lammgeschosse rauskommen dann macht es heftigsten Schaden sehr gut jo wow ich bin immer positiver überrascht geil schön bei vielen Gegner ist der Poet wirklich toll bei großen Gegner schön könnte natürlich noch ein bisschen schneller sein aber jetzt müssen wir zuerst mal Legendary Items endlich mal herstellen ist das immer schwer da einfach auch die richtigen FX Anzahlen zu haben ist ein bisschen zu viel Grinding ich weiß es ist irgendwie ja nicht immer so schnell schaffbar ein gutes Items herzustellen das passt zum Legendary wird wie ein Exalted Item mit dem Lila Stats tja äh wieder einfach zu wenig eindeutig zu wenig so also plus 10 verdämmen ist schon wow Gräsenweg ist gar nicht so weit wir könnten das eigentlich machen aber natürlich will ich den Boss noch machen so ja es ist relativ schwer ähm Boss schon zu viel zu machen aber gut so eine habe ich ja wow ey ich habe keine gute Rekrutik resistent glaube ich so ich darf nicht sterben also ich muss genug Rekrutik so ich werde nicht sterben jetzt wird es nicht anziehen hey oh ist das heftigste ja 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 das ist das heftigste ja 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 das ist ja nicht so schlimm oh ganz knapp gewinnen hohohoho ich habe nicht gute Rekrutik resistent 17% cheat ich hätte noch nachschauen sollen ich wusste es aber nicht ja 17% ist natürlich nicht so einfach aber dafür haben wir Favio resistance ja Maxim oder noch nicht egal vielleicht sterben wir vielleicht gewinnen wir ja kann alles sein ich sehe nichts auf dem Boden ja jetzt kommt er damit ja so kann man einen Boss auch sehen nur wenn man genug gut ist mit wenig resistenten einfach mal Hütten Wohlfärscht Hütten ja oder nein nicht in die Richtung zurück zurück so man Probleme jetzt ist er gleich tot yeah wir haben es geschafft mit so wenig resistenten wieder ein Zweier cool und den gibt es auch auf Level also mit ohne corruption nicht so viel ein bisschen Schuld ja natürlich schon so also also was haben wir Gold hmm aber einzigartige Beuteschoss es ist nicht so gut weil es irgendwie die Drop Wahrscheinlichkeit für LP oder so runter macht ähm ich brauche aber mehr Unique Drops ich werde es einfach dann irgendwann mal auswachsen wenn ich dann mehr gute Einungswächter so gut er ist der Boss besiegt und ich muss echt schauen was ich mache mit den Resistenzen also das ja der Helm könnte ich langsam ja ändern ähm er hat aber keine Blitzresistenz ja nur Blitzresistenz so gut ähm 13 ja ich habe einen mit 15 jetzt endlich mal bekommen ähm Cast Speed sauber Geschwindigkeit so ja ist easy ratten ratten wir raten ratten was alles drauf ist so dann haben wir noch Fieri Dragonshoes der lustigste Name für irgendwie so Unique und ja dann haben wir noch ein bisschen mehr Schaden Penetration glaube ich noch drauf also ich muss ein bisschen raten was alles drauf ist also Elementar Schaden über Zeit dann diese ähm Brand Fläche im Hintergrund der Boden und ja endlich mal noch Feuer Resistenz und so ist ja auch richtig wie wir gesehen haben haben wir einfach wenig für den Boss Resistenzen gehabt naja kann aber passieren dass ich nicht schaue bin ja ein bisschen verwöhnt von diesem Bild ist ja gut da werde ich auch sterben sind ich bin noch nicht gestorben ich weiß es nicht ich fand so langsam einfach das Gamezucken habe ich so das für tatsächlich noch nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ihr wahrscheinlich ich sterbe nicht mehr immer so freiwillig ich habe manchmal einfach ein bisschen zu wenig mich angestrengt ja gut also wieviel mal werden die Geschosse jetzt noch geprockt ich will gar nicht so hoch haben einmal zweimal das ist immer noch sehr hoch jetzt sind es wahrscheinlich 18% weil wir die Hälfte haben und dann ist es wahrscheinlich 16% aber genau weiß ich nicht wie es gerechnet wird eben 20% äh 20% ähm ja einfach von den 20% Chancen dann noch 16% runter oder so also 40% Wahrscheinlichkeit von 20% äh ich bin echt gut im Rechten äh gut ähm also ich war mal gut aber ich habe schon lange nicht mehr so extrem Rechten ja jetzt bin ich gestorben danke wegen so einem blöden Eisding machen so viel Schaden im Nahkampf ei 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 ich bin doch gestorben ähm ich weiß nicht ich hab nicht so Items die einfach auf den seltener gehen auf den ah das ist immer so schlimm der Entwickler ist so erbarmungslos er will halt einfach dass wir da die ganze Zeit grinden 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 ähm da müssen wir ein bisschen noch durchkommen mit so einem Bild sonst könnte ich aus der Entfernung einfach ausweilen aber das geht so im Nahkampf nicht da müssen wir da auch noch ein bisschen ja ich hab echt nicht gute Helme das brauche ich doch nicht ich brauche Resistenzen das gibt mir einfach mal ähm was war es Eis nein nein Eis ist eigentlich Eis ist 10% okay also Eis und Nekrotik ja toll soll ich den Helm tragen das hat 40 Kälte Widerstand dann machen wir mal Kälte ja komm für den Anfang ist so viel Kälte gut auf einem Item leeren Widerstand okay wir können eigentlich elementar Widerstand aber wir machen die anderen Sachen auch von Nekrotik dann machen wir mal Hose den Ring könnte ich eigentlich tragen naja lieber nicht da hat es halt ja die Handschuhe die brauche ich noch und sonst kann ich noch mal noch diese Glöschlechte aussah ich würde gerne die Rüstung eigentlich benutzen ich glaube sehr wenig Nekrosse ja darf eine Ringe wo ich nicht gebrauchen kann okay aber Rundchaos du mal ein bisschen Schaden wegnehmen von Einstimmung und jo hä ich habe den Boss erledigt was musste ich denn erledigen das Portal war noch blau ja auf jeden Fall ist das ein schwerer Gegner also vor allem die Quest Gegner die machen so unglaublich Schaden Schaden am Anfang da müsste ich echt hart aufpassen ist einfach nicht gut skaliert doch jo und unbedingt auf Resistenzen schauen lieber Resistenzen haben als so viel Schaden es könnte auch ein Ambush gewesen sein stimmt na dann hätte es am Anfang nicht angezeigt ja ich weiß jetzt auch nicht gerade genau was passiert ist aber einer der Gegner hat es heftigsten Schaden ausgelöst die Nacht das waren es wahrscheinlich die Eiselementare oder so es braucht zu viel Eis schon jo klar mit 12% wird das so heftig stark äh multipliziert kann man halt nicht so gut überleben vor allem nicht im Nahkampf wieso ist Nahkampf immer so schwer in jedem Hack und Slays hast du das Gefühl im Nahkampf möchtest du einfach nicht sein hehehe es ist keine Nahkampfangriffe einsetzen im Endgame jo jo so auf jeden Fall werde ich nochmal so ein bisschen leveln ähm morgen in einem live stream denke ich mal und sonst muss ich natürlich viel Neingrifft machen morgen dann einer hat noch gefragt jo ich würde GTA Online spiele ja aber da muss ich ja unbedingt oder aber ein bisschen Leute haben die mir helfen und die habe ich momentan nicht auch habe ich zu wenig Zeit für so ein Spiel da muss man ja längere Zeit ab ähm spielen die Community auch bei mir ist die unterhalten will auch werden ja ja das war meistens so ein Projekt das man einfach teilweise macht wenn gerade ein Bock da ist wenn gerade ein neues Update da ist oder ja wo die Spieler überhaupt wollen und mitspielen wollen genau die Zuschauer so ein übertrieben schwerer Gegner aber jo weil er einfach zu schnell das alles macht naja sonst wäre es wieder zu lang äh jetzt gut zum alles weichen das ist ein Gegner der jo eigentlich im Nahkampf besiegt werden muss weil sonst ja uns ständig immer wieder so AOE angeht das BEM das ist richtig schnell so die erst nach kurzer Zeit explodieren aber da hat man meistens die Zeit gar nicht so richtig raus und viele kritisieren in Last Epoch dass die Bewegungsgeschwindigkeit sehr langsam ist was spielen sie denn also wie kann ich denn das deuten ist in anderen Spielen die Bewegungsgeschwindigkeit so viel schneller also ich habe es eher in Pass-of-Exec gespürt dass ich langsam gelaufen bin und nicht in Last Epoch weil die Gegner auch näher dran sind das ist gar nicht so ein Kritikpunkt ich finde einfach die Action so grandios ja und vielleicht ist mit 1.2 dann äh 1.0 dann ja auch so dass ja alles ein bisschen besser balanciert ist dass die Bewegungsgeschwindigkeit auch mehr zu Geldern bekommt dass sie mehr Items hat und so und so dass die Bewegungsgeschwindigkeit drauf hat gibt es sicher auch viele neue Unics gibt es ja ein Unic was uns einfach so ein bisschen ähm schneller macht was gut ist was was wirklich auch sehr viel Schaden oder sehr viel Resistenzen hat als nur dieser Ring und die Schuhe hat so aber aber man merkt hat das Spiel ist noch nicht fertig und wird wahrscheinlich längere Zeit auch nicht fertig sein obwohl es heißt joo 1.0 erscheint ich glaube viele Spiele werden dann einfach das die Bewertung auf negativ machen weil sie so denken ja die Entwickler wollten das Spiel zu früh veröffentlichen naja ich mach so so Sachen nicht also ich mach mir immer ein grobes Bild und äh wenn wenn die Mehrheit negativ ey ich hasse die was ist das für ein OP Ding zeig's ey 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 das ist dieser ähm ja Gefrierbrand so ähm genau also ich muss schon viel negativ sehen dass ich ein Spiel negativ bewerte immerhin gibt es ja auch sehr viel Positives was die meisten wahrscheinlich gar nicht so sehen seht ihr wenn ihr spielt auch die positiven Dinge also ja könnt ihr da auch viele davon ausmachen oder so die eher so wenn sie bewerten eher negativ bewerten sie denken ja das fällt auch mehr auf so negative Sachen ja ich sag immer wieder auch negative Sachen klar aber das fällt halt wirklich auf nur ich sag nicht das Spiel ist schlecht sondern einfach Teile vom Spiel sind schlecht und deshalb muss ich da nicht irgendwie negativ das Spiel denken Sondern hätte es ja einfach gerne gehen wir einfach weiter oh so dann habe ich schon lange nein ich habe erst kürzlich getroffen bekommen in einem live stream glaube ich aber ja schon ja dann mache ich noch mal ein Blitz oder hm ich nehme mir die Axt jetzt ist nur 8% da habe ich ganz fünf nein nein ja gut also dann machen wir doch mal da weg Siegel Hoffnung und hier muss ich glaube ich Instant Cast nehmen ja ich könnte auf Brandschaden schon mal gehen schon mal auf Brandschaden ja bisschen mehr Schaden dann so gut aber das kann ich noch nicht eigentlich ja wollen wir kurz ein bisschen austesten ja kurz rein am Lied anfangen ich gehe eigentlich ja ich nehme das Buch mit das ist jetzt nicht ganz so schwer so so also Instant Cast ist ja sehr gut ha wir brauchen zu viel machen das ist das ähm ähm es packt gerade auch herum so jo kann man nicht irgendwie Autoprocken die müssen wir noch was anderes noch skinn wahrscheinlich hier in der Mitte ja bei Tötung aber noch dann können wir schauen ja es ist wieder das gleiche Gebiet aber es ist immer ein bisschen auch anders ähm dargestellt oder anders Biom beziehungsweise Tageszeiten so ziemlich cool gemacht das ist eigentlich die Axt da ok man sieht sie meistens nicht wo sie hinfliegt da ist sie jetzt oben hingeflogen nach 0 so so und dann jetzt hier ein bisschen verbrennen Chance ok sofort noch Mana haha so doof dann müssen wir den rechten Weg wahrscheinlich jetzt nehmen dass wir ein bisschen weniger Mana kosten haben ist es dort aber vor allem ein Sieg ihm mehr noch beschwören gibt es noch rechts jo soo gut kenne ich natürlich ja und Krakte auch nicht Krakte klasse jo kann ich natürlich noch besser kennen gut gut danke schön fürs zusehen jo natürlich mit nochmaßen part also ich hoffe es jedenfalls aber ähm ok wo ist denn Mana kosten weg also es ist vor allem wegen hier die Mana kosten so hoch Dauer Dauer würde nicht gut nicht schlecht sein ok ah hier sind die Mana kosten die sie ziehen also wieso nimmt er nicht das und das hin wegen der Dauer naja aber das ist ein bisschen zu viel Mana kosten wenn wir noch hier hingehen ist Heilung nicht mehr dabei ist Heilung nicht mehr dabei ist auch dabei ja es sind fünf Punkte einen weniger ja auch hier zuerst mal rein oder zuerst einfach mal auf Hinten als Chance jo gut Dankeschön fürs Zusehen jo nächster part eben heute oder morgen und ja freuen wir uns noch auf den 21. Februar dann ist hoffentlich vieles gefixt und auch ein bisschen spannender und interessanter und macht hoffentlich mehr Spass dann aber jetzt momentan ist es ein bisschen flaut ein paar wenige Spiele ein paar wenige Zuschauer und so jo kann wieder besser werden aber die Vorwerte die hindert manchen auch zum jo spielen damit man dann Spass hat gut so jo tschüss gute Nacht oder guten Tag tschüss tschüss tschüss